Den Tag, an dem ich Motorsportler werden wollte, da kann ich mich schon dran erinnern. Als ich das erste Mal ein Bommelauto fahren durfte auf einer Rennstrecke, da wusste ich sofort, das will ich machen und das mein Leben lang, wenn es geht. Zum Glück hat es dann aber auch funktioniert. Wenn es einen schönen Sonnentag hat, dann jogge ich meistens von mir zu Hause bis zum Hafen, deck das Boot ab und ich glaube, so kann man schön den Tag starten und genießen. Ich verbinde dieses Boot mit Freiheit. Ich kann wirklich die Sommertage, die ich frei habe, hier am See genießen und kann total abspannen. Für mich ist die Susanne seit einigen Jahren natürlich der wichtigste Mensch geworden. Und für mich ist wichtig, ich weiß, da ist jemand, wenn ich unterwegs bin auf Rennen, ich komme nach Hause, ich bin nicht alleine. Das ist schon ein tolles Gefühl und das gibt mir viel Kraft. Und von daher genieße ich es sehr, jede Minute mit ihr eigentlich. Ich glaube, für meine Umwelt ist es nicht anstrengend, mit mir die Zeit zu verbringen. Ich hoffe zumindest. Wie gesagt, wenn es um etwas geht, dann kann ich schon anstrengend sein, auch vielleicht. Aber dann geht es halt um ein Ziel und das muss erreicht werden und gerade im Motorsport ist das so. Aber privat schaue ich schon über das eine oder andere auch hinweg. Ich habe früher als Kind schon mit meinem Vater, weiß ich, noch immer die Bahn aufgebaut, gerade vor Weihnachten oder so. Von daher, ich glaube, jeder Junge ist schon mal Carrera-Bahn gefahren. Das macht Spaß. Und hier wohnen ja auch ein paar Rennfahrerkollegen von mir und mit denen dann auf der Slotka-Bahn ein bisschen Rennen zu fahren, ist halt mal eine Abwechslung. Ich glaube schon, dass ich sehr früh relativ reif sein musste in gewissen Dingen. Ich glaube, das hat der Sport mit sich gebracht. Ich glaube auch nicht, dass mir das geschadet hat. Und ich selber mache mir da aber keine Gedanken. Ich bin so, wie ich bin und ich kann sehr reif sein. Und ich kann aber, glaube ich, auch noch sehr kindig sein. Ich bin so, wie ich deshalb habe ich schon überrascht. Geh, wie ich mich nicht weiterkaufen! Ich bin so, wie ich mir nicht flotten. Ich bin so, wie ich bin ja gar nicht mehr. Ich bin so, wie ich mir nicht mehr schade! Und ich bin so, wie ich bin. Die Stadtmutzung ist immer mehr.